Hey, mein Name ist Marcel Lanza und ich bin der Founder von KaiGoo. Ich habe immer Probleme, ein perfektes und gleichzeitig persönliches Geschenk zu finden. Egal für welchen Anlass, sei es Weihnachten, Geburtstage oder ähnliches. Erst vor kurzem stand ich vor dem gleichen Problem. Mein Neff hat Geburtstag gehabt, ist Riesenfußballfan, hat aber schon alles von seinem Idol. Also habe ich mir die Frage gestellt, was kann ich ihm zum Geburtstag schenken? Und dann kam die Idee mit KaiGoo. Hallo Samuele, ich habe gedacht, du bist ein großer Fan von mir. Dein Onkel Marcel hat gesagt, dass du heute Geburtstag hast. Ich wünsche dir alles Gute und viel Erfolg und vielleicht sehen wir uns bald in der Profilige. Und jetzt stell dir vor, du hast die Möglichkeit, solch ein Video zu verschenken. Aber nicht einfach nur ein personalisiertes Video, sondern du kannst dem Star explizit schreiben, welche Botschaft übermittelt werden soll. Ob du das jetzt als Geschenk für dich oder für deine Liebsten nimmst, ist komplett dir überlassen. Auf unserer Plattform KaiGoo besteht dann die Möglichkeit, zwischen verschiedenen Kategorien auszuwählen. Sei es Fußballer, Rapper, YouTuber, Schauspieler oder Influencer. Du suchst dir deinen Star aus, schreibst ihm deine Nachrichten und bekommst dann dein Video. Wie viele Menschen kennst du, die sich über solch ein Video freuen würden? Ich bin mir sicher, du kennst mindestens eine Person. Dann nutze jetzt deine Chance, unterstütze uns und sichere dir dein passendes Kickstarter-Paket von KaiGoo. Wie viele Leute achten, die sich über die Kalte über die Lage zu beobachten. Bis zum nächsten Mal.